Viele von euch haben mich gefragt, wie schnell ich denn bei meiner R1 das Hinterrad wechseln kann. Jetzt schauen wir mal, wie viele Sekunden das dauert und schauen wir uns das mal genau. Ich bin echt gespannt, ich habe es noch nie auf Zeit gemacht. Wir haben dazu ein kleines Hilfswerk. Also wir haben einmal große Ratsche zum Aufmachen mit Nuss, Drehmomentschlüssel zum Wiederzumachen, Handschuhe und Schlitzschraubenzieher, falls der Bremssattel hinten und die Beläge zusammenfallen. Und einen Schlagschrauber, aber jedoch nur eine Nuss. Ich habe hier eine GoPro, die filmt das dann von hier und die kommt hier auf Stativ und jetzt schauen wir mal, wie viele Sekunden das bei mir dauert. So, ich ziehe dazu natürlich die Handschuhe an und ich habe da mein Werkzeug vorbereitet. Ich habe es noch nicht geübt, aber ich habe es schon oft genug gemacht. Und jetzt schauen wir mal, wie lange das ich da tatsächlich dazu brauche. Okay, ich gebe das Startzeichen für mich selber. Eins, zwei, drei. Okay, nächster Hilfen. Ich bin, drei, drei. Nein, falsche! Verdammt! Fertig! Das ist gar nicht so unanstrengend, wenn wir das auf zwei machen. So, habt ihr gesehen, das Ganze ist gar nicht so unanstrengend. Und ich zeige euch jetzt auch, warum das bei der R1 so extrem schnell geht. Jetzt habe ich hier das Schnellwechselsystem von Jahr drinnen. Und man sieht hier zum Beispiel in dieser Aufnahme, wo auch der Bremssattel dran ist, der jetzt unten dran ist, das ist die Spannvorrichtung. Und da ist hier auch so eine Nase, da wo dann das äußere Lager und die äußere Hülse des Lagers von der Felge quasi drauf liegt. Hier auch. Und im Endeffekt ist es so, dass man den Reifen nur reinschmeißen braucht und dann liegt es da schon mal drauf. Und deswegen ist es so einfach, an dem Motorrad den Hinterreifen zu wechseln. Wer Jahr nicht kennt, das ist ein Langstrecken-WM-Team und die haben mir das bei meiner R1 eingebaut. Natürlich mega leicht hier den Reifen zu wechseln. Trotz alledem habe ich es mir ein bisschen schwieriger gemacht. Man hätte jetzt auch hergehen können und hätte sagen können, okay, ich nehme von Anfang an einen Schlagschrauber. Mache ich jetzt nicht unbedingt für die Achse. Muss nicht sein. Deswegen mache ich es mit der Hand auf und mit der Hand auch wieder zu. Oder ganz zu dann. Von dem her ein bisschen Zeit geschunden, mehr oder weniger. Jetzt ist es natürlich so, jetzt muss ich dich natürlich mit einbauen in das Ganze. Und zwar gibt es jetzt die Meindl Radwechsel Challenge. Ganz einfach, ihr habt es natürlich nicht so leicht wie ich oder nicht alle. Die haben nicht so ein Radwechselsystem. Deswegen gebe ich euch jetzt die Challenge, euer Rad zu wechseln. Und ihr dürft alle Hilfsmittel nehmen, die euch zur Verfügung stehen. Ihr dürft auch zu zweit arbeiten. Ihr dürft verschiedene Werkzeuge, verschiedene Hilfsmittel, Holz drunter, was auch immer. Ihr dürft alles machen, was euch die Möglichkeiten geben. Und eben, um mich von der Zeit her zu unterbieten in dieser Radwechsel Challenge. Das Ganze soll so abläufen laufen. Ihr nehmt eine Kamera oder ein Handy oder völlig egal was. Filmst das Ganze. Tut das entweder auf Instagram mit dem Hashtag Meindl Rad Wechsel Challenge. Oder ihr ladet das auf YouTube ab und tut da auch ein Hashtag Meindl Rad Wechsel Challenge benutzen. Dann kann ich danach suchen, kann das sehen und kann mir das anschauen. Und dann gibt es bestimmt einen Gewinner, der, sagen wir mal, ein Senderschluss irgendwann zehn Tage ab heute. Ein Gewinner, der am allerschnellsten diesen Radwechsel vollzogen hat. Und für den lasse ich mir ganz was Spezielles einfallen. Also, ich denke, das ist ein bisschen eine Abwechslung, Zeit in der Garage zu verbringen. Rad Wechsel Challenge, weil wir nichts anderes zu tun haben. Jetzt im Moment. Ich bin gespannt, was ich alles für Videos von euch sehe. Lasst euch was einfallen. Seid kreativ. Nutzt die Zeit. Lenkt es euch ein bisschen ab. Gebt mir einen Daumen hoch für das Video. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht habt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.